Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video mit einer ganz aktuellen Nachricht. Heute stand Montag, 11. September. Passenderweise seit gestern ist der Gotthardtunnel nun auch für den Autoverkehr gesperrt. Also das war ja eh schon ganz schön mysteriös, was da alles passiert ist, dass da ein Güterzug, also trotz Hightech-Sicherheitssystem mit Ultraschall einem möglichen, einfährt und dann halt in der Mitte auseinandergerissen wird an der Multifunktionsstelle Faido von einer Weiche, die normalerweise, und das sagen sogar die Schweizer Ingenieure, die die Sicherheitstechnik mitgebaut haben, dass die Weiche sich umgestellt hat, wo sie sagen, das kann eigentlich gar nicht passieren. Die ist darauf ausgelegt, dass sie fest fixiert ist, damit halt eben kein Zug sozusagen auseinandergerissen wird. Ja und jetzt ist ein 25 Meter Riss im Autotunnel entdeckt worden. Und also sehr plötzlich wurden dann halt eben diese beiden Eingänge für den Autoverkehr gesperrt. Also es gibt ganz interessante Meldungen von Menschen, die da im Tunnel dann umkehren mussten oder auch ein Bus, der eben nicht umkehren konnte, musste die vielen Kilometer rückwärts rausfahren. Also das ging knall auf Fall und das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Plus dazu, am 5. September gab es hier wieder einen dieser mysteriösen Parallelflüge über dieses Gebiet und bis an diesen Gotthardtunnel dran. Tja und wie gesagt, ich habe ja schon in meinen anderen Videos gesagt, wie viel darf passieren, dass man halt eben einen Zufall ausschließen kann. Und auch in diesem Video möchte ich dir das alles mal zeigen. Und wir fangen mal wieder da an, wo ich eigentlich selber immer anfange. Also wann immer unterirdisch etwas Seltsames passiert, wo ich halt denke so, na irgendwie riecht die Sache aber komisch, dann schaue ich erstmal in so eine Erdbeben-App und gucke, hey war da vielleicht irgendwas. Und das habe ich dir ja schon mal gezeigt in einem meiner anderen Videos dazu, dass hier Oberwald am 30. Juni, da war ein erdbebenähnliches Ereignis. Also in dieser App können auch normale Nutzer alles Mögliche eintragen. Aber da werden halt eben auch, ich sage jetzt mal, echte Erdbeben eingetragen. Und ein echtes Erdbeben war unterhalb von Oberwald am 13. August in 8,6 Kilometern Tiefe mit einer Magnitude von 2,1. Also jetzt nichts Wildes. Und man muss halt eben auch sagen, der Gotthardtunnel ist da 25 Kilometer ungefähr entfernt. Und das ist halt eben auch ja deutlich tiefer als der Gotthardtunnel, der ja bis in einer Tiefe von bis zu 2.300 Metern verläuft. Doch dann, und an dieser Stelle danke an Pitt, der den Telegram-Kanal Pitt, der Skywatcher betreibt, der halt eben genau diese ganzen seltsamen Flugbewegungen in Europa, aber auch weltweit immer wieder dort postet. Er hat mir dieses Bild hier zugeschickt. Ein Parallelflug über dem Gebiet, also neben dem Gotthardtunnel, aber praktischerweise eben genau dort, wo dieses Erdbeben aufgetreten ist. Und das am 5. September, also das erste paar Tage alt. Ja, und offiziell wird ja über diese Parallelflüge berichtet, dass sie also entweder Thermalbefliegungen sind, also wenn da so ein Fernwärmenetz ist, dann wird halt eben geschaut, ob da irgendwelche Risse sind oder Funktionsstörungen. Oder es wird halt gerne auch geschrieben, dass es digitale Bildflüge, also Fotoflüge seien. So ähnlich wie Google Maps zum Beispiel, dass man dann dreidimensionale Geländeprofile erstellt. Ja, aber dass das nun gerade zufällig dort in dieser Region jetzt auch gerade gemacht wird. Ich weiß nicht, ob es da Fernwärmeleitungen gibt oder ob gerade jetzt das aktualisiert werden musste, das Kartenmaterial. Aber, und das macht die Sache recht unwahrscheinlich, das hat mir Pitt geschrieben, dass dort, also ich zeige es dir mal von ihm, es gab einen Parallelflug am 5.9., wie gesagt, bis an den Gotthardtunnel, der vor kurzem gesperrt wurde. Das ist sicherlich nur ein Zufall. Den Tunnel habe ich mal in die Flugkarte eingezeichnet und jetzt kommt das Spannende, der Flug besitzt eine militärische Kennung. Also da kommt man dann doch ins Grübeln und da habe ich schon beim letzten Video recherchiert, weil einige ja geschrieben haben, ja Kai, das ist ganz normal. Andere haben mich wieder weitergeleitet in den Kaninchenbau und meinten, schau doch mal in die Technologie des Bodenradars oder eben auch Georadar, mit dem ja genau unterirdische Strukturen aufgespürt werden. Also sowohl in der Archäologie oder, also die NASA behauptet halt eben auch, dass sie das auf dem Mars machen. Aber bleiben wir mal hier auf der Erde. Und zwar, das ist hier von bgrbund.de und sie zeigen letztendlich hier mit einem Helikopter, wie halt eben Georadar funktioniert, um unterirdisch liegende Strukturen aufzuspüren. Ja, und du darfst dich also fragen, wenn eine Maschine mit militärischer Kennung genau über dieses Gebiet fliegt, wo ganz, ganz viele Zufälle schon stattgefunden haben, ja, was kann das möglicherweise bedeuten? Ja, und nun ist auch der Straßentunnel dort gesperrt und auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank an meine fleißigen Zuschauer. Heute gab es gleich mehrere E-Mails, die mir das sofort geschickt haben. Unter anderem auch Sandro, der als einer der Letzten dort noch rausfahren konnte. Also super spannend. Und fokus.de schreibt auch gleich, im Gotthardstraßentunnel in der Schweiz ist ein Riss in der Tunneldecke entdeckt worden. Die Verbindung zwischen der Zentralschweiz und dem südlichen Kanton Tessin bleibe bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt. Nahe dem nördlichen Tunnelportal hätten sich Betonteile gelöst und seien auf die Fahrbahn gefallen. Es sei aber niemand zu Schaden gekommen. Die Ursache blieb zunächst unbekannt. Und auch 20min.ch schreiben, dass der Gotthardtunnel eben gesperrt ist und schreiben, seit dem frühen Sonntagabend gibt es beim Gotthardtunnel kein Durchkommen mehr. Nahe des Nordportals lösten sich Betonteile von der Decke und stürzen auf die Fahrbahn. Also wir haben jetzt praktisch unten an der einen Multifunktionsstelle Faido hatten wir das Zugunglück und jetzt oben am Nordportal haben wir ja den anderen Riss oder den anderen Zufall oder was auch immer, das andere Ereignis, was gerade parallel dazu auftritt. Und das berichtet halt Fokus eben nicht. Der Tunnel wurde plötzlich und in Eile verschlossen. Also das schreibt hier jemand auf Facebook, der halt eben in diesem Tunnel war. Er schreibt, wir hatten schon mehr als die Hälfte der Strecke hinter uns, als der Tunnel von beiden Seiten her geschlossen wurde. Alle Autos mussten umkehren, unser Bus konnte nicht umkehren und wir mussten den gesamten Weg rückwärts fahren. Er schreibt halt auch, sie seien sicher aus dem Tunnel gekommen. So, und nun muss man sich halt eben fragen, also wie viel soll da noch passieren, bis man halt eben nicht mehr nur glaubt, dass es alles rein zufällig parallel auftretende Ereignisse sind. Schauen wir uns das doch mal an. Also das kann ja mehrere Dinge bedeuten. Erstens, also das ist die offizielle Version, das tritt also wirklich alles parallel zufällig nebeneinander auf. Diese Ereignisse hängen einfach rein zufällig miteinander zusammen und man könnte so ein bisschen, ja das sehen als den Fluch des Gotthardtunnels und viele haben ja auch schon geschrieben, naja, also wer so eine Eröffnungsfeier macht, der darf sich nicht wundern, wenn man dann so einen verfluchten Tunnel hat. Weiß ich nicht, was aber feststeht, schon allein durch diese Sperrung wegen des entgleisten Güterzuges fließen dort also Millionenbeträge rein. Bisher war ja eine dreistellige Millionensumme festgesetzt und der Tunnel ist bis mindestens Ende des Jahres geschlossen. Jetzt wird halt auch noch der Autotunnel gesperrt. Also man sieht schon, okay, da wird unterirdisch jetzt sehr viel stattfinden und es wird sehr viel Geld da rein fließen und man könnte theoretisch dort unterirdisch sehr viel bauen. So, dann nehmen wir mal vielleicht die zweite Variante. Es ist eben kein Zufall und dann wird es interessant. Dann muss ja der Nutzen, der für diejenigen entsteht, die also jetzt gerade der Öffentlichkeit diese Geschichte erzählen, also sowohl unten beim Zugunglück als jetzt auch beim Autotunnel. Dann muss ja der Nutzen für diejenigen sehr groß sein. Und ich habe mir überlegt, ja, was kann denn da passieren? Also warum wird so ein Tunnel plötzlich halt eben auch noch von dieser Seite verschlossen? Und es könnte natürlich sein, etwas, was plötzlich auftritt. Also eine plötzlich auftretende Gefahr dort in der Tiefe und dann auch da wieder zwei Möglichkeiten, entweder für die Kontrolleure an sich eine Gefahr oder halt eben wirklich für die Öffentlichkeit so oder so. Wenn wir also der zweiten Theorie glauben, dass da mehr stattfindet, als uns offiziell erzählt wird, dann könnte man sich halt eben fragen, naja, also irgendwas ist da sicher passiert, was risikobehaftet ist, für wen auch immer. Und das darf man auch nicht vergessen, der Gotthardtunnel, das wurde ja auch schon geschrieben, ist halt ein wirklich wichtiger neuralgischer Punkt in Europa. Und der neuralgische Punkte, an dem wird halt entweder etwas ausgebaut, also dieser wichtige Punkt, der eh schon da ist, der wird noch weiter entweder verteidigt, verbessert oder er wird halt einfach weiter ausgebaut, weil er eh schon ein Knotenpunkt für bestimmte Verbindungen ist. Oder neuralgische Punkte werden halt eben immer auch zuerst angegriffen, wenn irgendetwas passieren sollte. Tja, was da genau passiert, das ist also nicht für uns normalos sozusagen bestimmt. Mir haben also viele, viele Leute da noch Dinge berichtet, die, ich denke, gar nicht in so ein Video reinpassen. Vielleicht nur noch eine Anmerkung, hat mir Alex geschrieben und auch das kann ich nur zu Teilen mitgeben. Ich will nicht zu sehr da in manche Bereiche reingehen, die dann vielleicht doch zu weit gehen würden. Er schreibt, was vielleicht interessant zu erzählen ist, ich kam im Zuge einer Fortbildung mit einem 50-jährigen Schweizer zusammen, also er hat eine Fortbildung als Zugführer gemacht, welcher Jahrzehnte im Tunnelbau tätig ist. Er meinte, dass oftmals im Vortrieb Höhlensysteme entdeckt werden, welche neben bürokratischen Aufwand auch das Code zu einstellen. Der Arbeit bedeutete, oftmals entschied man sich, die Höhlenangänge einfach schnell und geheim zu schließen, ohne dass der Bauführer das mitbekommt. Und er meint aber, manchmal gab es halt auf einmal auch Türen, die eingebaut wurden und dann durfte da halt eben niemand mehr hin. Ganz interessant. So oder so, aus meiner Sicht passt es extrem gut in die Phönix-Hypothese, dass sozusagen der Öffentlichkeit etwas erzählt wird, also ein Märchen sozusagen, um dort unterirdisch wirken zu können und halt also eine Geschichte, die groß genug ist, um halt einfach das Verschwinden von also Hunderten von Millionen von Euros, dass da halt auch viel, ja, also einfach Personal, viel Baumaterial und so hingeschafft werden kann, ohne dass großartig nachgefragt wird. Also es passt wieder genau hier ins Bild, was dort passiert, ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, also als ich das gesehen habe heute, dachte ich mir, es ist ja mittlerweile ein Witz. Also wer wirklich noch glaubt, dass das alles Zufälle sind, der glaubt vielleicht auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Meinung, schreib mir das unten in den Kommentarbereich und wenn du meine anderen Videos zum Gotthard-Tunnel noch nicht gesehen hast, ich verlinke dir die mal hier an den beiden Stellen, kannst du auch noch reinschmökern. Ich wünsche dir da ganz viel Spaß beim Schauen und ansonsten vielen, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen, danke an alle, die mich unterstützen und wir sehen uns dann in allen meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Kai Brenner.